Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Wie Sie wissen, hat ja am Wochenende unser Parteivorstand getagt und sich mit der Schlussphase oder mit der heißen Phase des Wahlkampfes auseinandergesetzt. Und wir hatten eine hohe Einigkeit darin, dass wir wirklich das Kontrastprogramm sein wollen zur Konsenssoße der anderen Parteien. Es ist ja kein Geheimnis, dass der Wahlkampf droht, in dieser Konsenssoße zu ertrinken. Frau Merkel verspricht ihn weiter so im Wohlfühlparadies Deutschland. Und das ist für Millionen, die zu wenig Lohn zum Leben haben, zu wenig Rente zum Überleben haben, eine ernsthafte Drohung. Und die Opposition, insbesondere die SPD und die Grünen, kommen irgendwie nicht richtig in die Puschen, weil sie einfach kein glaubwürdiges Kontrastprogramm zur Politik von Frau Merkel vertreten. Oder immer dann, wenn sie den Versuch machen, ein Thema hochzubringen, stellt sich heraus, dass sie selber mit verwickelt waren oder selber sogar die Verursacher dieses Themas oder dieses Problems waren, wie jetzt zum Beispiel bei der Bahn oder bei der NSE-Affäre. Und das deutet doch stark darauf hin, dass es schwierig sein wird, in diesem Wahlkampf wirklich von der Opposition her ein komplettes Kontrastprogramm, eine komplette Alternative aufzuzeigen, was aber dringend notwendig wäre. Jetzt hat sich am Wochenende die SPD auch noch vorzeitig für ihrem Wahlziel verabschiedet und diskutiert ganz offenkundig in immer größerem Umfeld die Option einer großen Koalition. Anders kann man die Einlassungen aus dem SPD-Umfeld gar nicht mehr bewerten. Die Steuererhöhungen für hohe Einkommen werden im Zickzackkurs kassiert, was nichts anderes bedeutet. Man traut sich nicht an die Reichen und Vermögenden hin und versperrt sich selber alle Reformspielräume für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit. Und in der Euro-Krise selbst wird offen auf Merkel-Kurs eingeschwenkt und ein Schuldenschnitt ausgeschlossen. Und selbst Frau Merkel schwadroniert offen am Wochenende über eine große Koalition, so dass man sich irgendwo im stillen Kämmerlein schon fragt, werden da eigentlich schon Gespräche darüber geführt. Bei den Grünen und der FDP ist man offenkundig noch starr vor Schreck, weil sich Union und SPD doch so trefflich zum Schattenboxen verabredet haben. Und einige bringen dann schon die Option Schwarz-Grün stärker ins Spiel. Wir waren uns im Vorstand einig, dass die Linke die Partei sein will, die in der Schlussphase des Wahlkampfes den Unterschied zu allen anderen Parteien ausmacht. Wir wollen den Wahlkampf spannend machen. Das sind einerseits die Themen, die wir bearbeiten, dass wir in den Wahlkampf offensiv einbringen, dass wir uns eben nicht im Wohlfühlparadies Deutschland befinden, sondern es Millionen Menschen nicht gut geht, Millionen Menschen nicht gut durch die Krise gekommen sind. Und dass wir diejenigen sind, die sagen, wir müssen hier mehr Gerechtigkeit, mehr Einkommensgleichheit wagen. Das haben wir erneut am Wochenende mit einem Beschluss zementiert zur Frage der Einkommensgerechtigkeit. Wir haben einerseits definiert, was sittenwidrige Löhne sind und uns erneut für ein Verbot sittenwidriger Löhne ausgesprochen. Sittenwidrige Löhne bedeutet für uns, dass die Menschen nicht unterhalb des Niveaus fallen dürfen, wo sie nicht davon leben können. Es muss das ganz klare Ziel sein, dass jeder so viel verdient, dass er nicht ergänzend zum Sozialamt gehen muss. Und das sind für uns 1.700 Euro brutto im Monat. Gleichzeitig haben wir auch definiert, was für uns sittenwidrige Höchstlöhne sind und haben noch mal bestärkt, dass sittenwidrig ein Lohn ist, der mehr als das 20-fache des niedrigsten Lohnes in einem Unternehmen ausmacht. Nach heutigem Stand sind es ungefähr 40.000 Euro im Monat. Und wir bestärken noch mal, dass wir auch unmittelbar nach der Bundestagswahl zu diesem Thema eine gesellschaftliche Initiative starten wollen. Wir wollen klare Untergrenzen einziehen, unter die kein Lohn fallen darf. Und es muss das erklärte Ziel sein, niemand, der arbeiten geht in Vollzeit, muss zum Sozialamt gehen. Wir machen den Unterschied aus in diesem Wahlkampf, weil wir auch das Rennen spannend machen. Wir kämpfen bis zum letzten Tag um eine andere Mehrheit, um die Ablösung von Schwarz-Gelb. Und alle können versichert sein, die Linke wird alles tun, aber niemals Angela Merkel zur Kanzlerin wählen. Da haben die Leute bei uns die einzige Sicherheit, bei allen anderen Parteien können sie nicht sicher sein, sondern müssen nach heutiger Lage sogar davon ausgehen, dass Frau Merkel mit tatkräftiger Hilfe der Opposition zur Kanzlerin gewählt wird und das Agieren der Opposition darauf hindeutet, dass sie die beste Lebensversicherung für Frau Merkel sind. Wir haben immer gesagt, dass der Politikwechsel nicht an uns scheitert. Wir müssen aber auch nach diesem Wochenende registrieren, dass die SPD im rasenden Tempo auf eine große Koalition zusteuert. Das ist alles andere als ein Politikwechsel. Vor diesem Szenario ist uns nicht bange. Wir können Opposition und wir werden auch weiterhin die glaste und härteste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag sein. Wir haben aber unsere Hausaufgaben für alle Fälle gemacht. Ich darf Ihnen ankündigen, dass die Führungsspitzen der Partei aus Bund und Ländern am 9. September zu einem Parteikonvent zusammenkommen, um den Schlussbord gemeinsam einzuleiten und sich über die politischen Leitlinien für den Start in die neue Legislaturperiode zu verständigen. Wir wollen dort ein Sofortprogramm für den Politikwechsel vorlegen, das für uns für jede Konstellation gilt und indem wir noch mal deutlich den Wähler und Wählerinnen sagen, in welche Richtung wir konkret das Land verändern wollen, sozialer, gerechter, friedlicher, demokratischer und wir werden die Einstiegsprojekte in einen solchen Politikwechsel definieren und klar benennen. Wir werden dort ein bisschen eine größere Linie aufbauen, aber natürlich gehört dazu Mindestlohn, Mindestrente, Millionärsteuer, Ostrentenangleichung, keine Kriegseinsätze. Die Menschen werden die Linke ganz klar an ihren Versprechungen im Wahlkampf auch nach der Wahl messen können. Und mir scheint, das Signal ist klar, die Linke geht als sehr geschlossene und klarste Oppositionspartei in die Endphase des Wahlkampfes. Kurz zur Lage in Ägypten. Ich habe von Anfang an den Militäreinsatz in Ägypten kritisiert, auch für die Partei Die Linke. Ich habe dort nie gesehen, dass das Militär der Retter der ägyptischen Revolution sein wird. Und wir sehen jetzt deutlich, dass sich leider diese Voraussage bestätigt. Wir müssen noch mal deutlich machen, Ägypten darf kein zweites Syrien werden. Deshalb müssen alle Konfliktparteien dringend abrüsten. Das gilt sowohl für das Militärregime als auch für die Mursi-Anhänger. Und wir fordern die Bundesregierung auf, nicht länger zu lavieren, sondern ihren Einfluss auf die ägyptische Militärregierung klar und eindeutig gelten zu machen. Eine kluge Außenpolitik setzt deutlich auf Deeskalation. Die Linke steht in intensiven Meinungsaustausch zu Gewerkschaften und linken Gruppierungen in Ägypten, die für einen friedlichen Wandel der ägyptischen Politik stehen. Wir begrüßen es, dass die Waffenexporte ausgesetzt werden. Generell wäre richtiger, einen präventiven Stopp aller Waffenexporte zu verfügen. Zur NSE-Affäre. Die NSE-Affäre ist heute ein weiteres Mal Thema im Parlamentarischen Kontrollgremium. Ich erwarte von dieser Sitzung keine substanziellen Erkenntnisse. Die verbalen Aufgeregtheiten im Wahlkampf verhindern eine wirkliche Aufklärung dieser Affäre. Wirkliche Aufklärung wird erst ein parlamentarischer Geheimdienst-Untersuchungsausschuss bringen können, den wir unmittelbar noch in diesem Jahr im Deutschen Bundestag beantragen werden. Ich habe schon mal betont und möchte das wiederholen, dass beide Chefaufklärer, sowohl Herr Pofalla als auch Herr Obermann, in ihrem Amt überfordert sind und ihrer Aufgabe nicht gerecht werden. Beide tragen vor allen Dingen die Jacke des Wahlkämpfers und beide agieren nicht wie Aufklärer, sondern wie Generalsekretäre. Der eine redet zu viel und der andere zu wenig.